Ja, hallihallo Leute und willkommen zurück zu meiner Gemeinschaft. Ja, es geht weiter, RimWorld. Wir sind hier kräftig am Bauen oder besser gesagt der Howie. Oh. Die Konstruktion ist ein fehlgeschlagen. Okay, das kann natürlich auch ab und zu passieren. Warte mal, der hat doch eigentlich viele Punkte in Konstruktion. Fünf Punkte. Das darf aber nicht passieren hier. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen orientiert, sag ich mal. Ja, wie wir am besten bauen können. Wir lassen den jetzt mal weiterbauen. Der wird sich jetzt wahrscheinlich auch bald schlafen legen, weil es dunkel wird. Die Kalksteinblöcke reichen auch nicht ganz. Ich glaube, ich muss hier noch ein paar abreißen. Wir reißen das mal alles ab hier. Zack, zack, zack. Und was wir natürlich auch brauchen, wir haben nämlich noch Holz. Wie viel ist das? Äh, okay. Wir machen uns jetzt mal eine Tür hier hin. Und zwar eine Holztür. So. Ist er ordentlich am Bauen hier. Nice. Okay. Er legt sich jetzt schlafen. So. Ich pausiere jetzt nochmal kurz. Und zwar können wir hier unten in der Arbeiterleiste können wir einstellen, was die Leute arbeiten sollen. Ja, hier Feuerwehr, Patient, Pflege, Bettruhe, Schalten, Aufsehen. Nee, bis zu Schalten ist meistens immer voll bei den verschiedenen Personen. Wir haben jetzt nur einen. Deswegen ist da alles ausgefüllt. Und man sieht hier auch, diese rot umkreisten macht er nicht so gern. Ja, Kunst, Bergbau, Jagen, Kochen, ja, macht er nicht so gern. Aufsehen auch nicht. Aber da er alleine ist, muss er alles machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir können hier auch nochmal die manuelle Priorität setzen. Da kann man dann zum Beispiel hingehen und sagen, jetzt bauen, machen wir eins. Das ist das Wichtigste. Das soll er als allererstes tun. Und das halt bei den anderen Sachen auch. Aber das brauche ich jetzt noch nicht unbedingt. Und die Beschränkungen. Ja, wir können den ganzen Tag von ihm einplanen. Die blauen Flächen ist das Schlafen. Er schläft bis 5 Uhr. Um 6 fängt es dann an mit alles. Ja, wir gehen jetzt aber hin. Der arbeitet uns hier 4, 5, 6 Stunden. Hat dann, sagen wir mal, 3 Stunden Freizeit. Arbeitet dann nochmal 6 Stunden und ja, eine Stunde länger Schlaf. Ist eigentlich ganz schön. Dann arbeitet er 12 Stunden am Tag und hat 3 Stunden Freizeit. Den Rest kann er schlafen. Ist in Ordnung. Finde ich fair für den Anfang. Dass das sich natürlich nicht überarbeitet. Ja, man kann auch täglich abchecken, wie es so aussieht bei ihm mit den Bedürfnissen. Da sehen wir zum Beispiel, Beispiel, meine ich. Entschuldigung. Ein süßes Tier ließ sich von mir hätscheln. Achso, der Hund wahrscheinlich. Ohne Tisch gegessen. Ja, wir brauchen einen Tisch. Am Tisch essen wollen die Leute natürlich. Abscheuliche Umgebung. Kann ich verstehen. Sieht nicht schön aus hier. So, wir lassen jetzt aber erstmal die Nacht hier rumgehen. Noch ist nichts passiert. Ich hoffe, das bleibt auch so ein bisschen. Aber wie gesagt, es kann alles passieren. Ja, also, es, manchmal, kommt da ein Event nach dem anderen und, äh, das kann schon krass werden. Okay, der ist am futtern. So, jetzt baut er ein bisschen weiter. Wir müssen dann mal gucken. Sobald er hier, äh, die Wand fertiggestellt hat, kann ich mal hingehen und, äh, das Beet bepflanzen. Oder das Feld, besser gesagt. Und, ja, falls euch irgendwas auffällt, irgendwie was, ich bin nicht ein Vollprofi in RimWorld, ja, ich hab das jetzt schon ein bisschen gespielt, aber, wie gesagt, bin kein Profi. Falls euch irgendwas auffällt, was ihr besser wisst oder, ob ihr denkt, ja, okay, mach das lieber so oder so, schreibt es mir in die Kommentare, dass ich es lesen kann und ich werde es dann, sobald ich es gelesen habe, äh, umsetzen, ja, ich nehme natürlich auch immer mehrere Folgen am Stück auf, nur, dass ihr es wisst, ja, manchmal kann ich nicht direkt darauf eingehen, aber ich versuche es immer wieder. So, jetzt baut er das da hinten ab, perfekt. Das müsste dann auch reichen. Jawollo. Okay, den Rest lasse ich mal auch abbauen. Oh, da ist ein Loch, okay. So, jetzt können wir sehen, der hat hier gerade alles überdacht, wenn wir da unten aufs Häuschen klicken. Hier ist überall ein Dach. Überall, wo diese grüne Fläche ist, ist, überdacht. Also, hier oben fehlt das noch, aber das wird er wahrscheinlich jetzt machen. Wir werden es gleich sehen. Jawohl. Und, fertig. So, alles überdacht, perfekt. Das heißt, wir haben schon mal eine sichere Umgebung, kann man sagen. Jetzt muss ich nur noch schauen. Ich brauche halt wirklich viel Holz. Oder halt Materialien zum Bearbeiten. Wir können auch hingehen, Produktion, wir brauchen natürlich auch eine Küche. Wir machen das jetzt mal so, Schlachter, nee, Bildhauer. Ein Arbeitsplatz für Kün... Nee, das brauche ich nicht. Ich brauche eine Steinmetz. Das brauche ich. Ein Tisch, auf dem man grölt zu nutzbarem Baumaterial verarbeiten kann. Das ist jetzt hier zum Beispiel Datta, äh, Marmorbrocken oder Granitbrocken oder, äh, ja, der andere Kram. Das sind nur Brocken, die muss man verarbeiten, dass man schöne Mauern damit bauen kann oder halt andere Gegenstände, Möbel und so weiter. Das heißt, das wäre schon mal nicht schlecht. Ich glaube auch, das baue ich mir mal gleich hier, oder? Ich könnte eigentlich auch extra einen Raum dafür erstellen. Ich brauche halt am besten Holz. Holz ist so, dass am Anfang das einfachste, womit man bauen kann. Wobei man darauf achten muss, Holz kann schnell anfangen zu brennen. Das heißt, wenn es irgendwie mal anfangen wird zu brennen, dann, äh, viel Spaß damit, sage ich nur damit. Ähm, Befehle. Holz hacken. Wir hacken da mal alles weg, dass wir ein bisschen Holz bekommen. so, da, 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 da. Und das da auch. Ich muss natürlich auch immer aufpassen, dass hier keine wilden Tiere, äh, in der Umgebung sind, die mich irgendwie attackieren können. Schlangen zum Beispiel machen das gerne, oder, äh, ein Jaguar, Panther und so weiter. So, okay, was macht er jetzt gerade? Der baut hier noch ab. So, er baut jetzt das Gebiet an, das ist in Ordnung. Was wir natürlich auch machen könnten, ist, wegen dem Holz. Ja, Holz ist so, ja, das, was man am Anfang oft benutzt. Wir können hier ein Gebiet anbauen. Warte mal, lass mich mal nochmal hier so. Und dann bauen wir hier, äh, wir können hier Bäume anpflanzen. Ameisenbaum, Tiegenbaum, Birke, Kiefer, Pappel, Eiche und so weiter. Wir machen mal Ameisenbäume, die brauchen nicht so lang. So, die kann er da mal hier pflanzen. Macht er das jetzt gleich? Achso, okay, alles klar. Perfekt. Yo, dann macht er das mal. Perfekt. Weil wir halt Holz brauchen. Solange wir kein Strom haben, wird das meiste halt mit Holz gemacht. Zum Beispiel die, äh, Fackeln hier. Die muss man immer separat auffüllen mit Holz. Denn die haben auch eine Ablaufdauer. Zum Beispiel hier sehen wir an der Fackel, Kraftstoff 17 von 20. 7 Tage, 12 Stunden, äh, 12 Stunden haltet die Fackel noch. Danach ist sie erloschen. Ja, wenn man sie nicht nachfüllt. Zum Kochen, kann ich auch mal zeigen hier, äh, Produktion. Gibt's ja jetzt einen elektrischen Herd, wenn man Strom hat und der Herd, der halt mit Feuer betrieben wird. Da brauchst du halt auch wieder Holz für, ja? Und so weiter. Da gibt's ja Haufen Sachen. das Wichtigste ist wirklich Stein bearbeiten und, äh, der Kochtisch für mich. Okay, Verteidigung benötigt. Piraten und feindliche Fraktionen haben es auf dich abgesehen. Bereite deine Verteidigung vor. Da, ja, das heißt, Verteidigung vorbereiten. Was wir machen könnten, die Sicherheit, automatisch geschützt, bringt uns momentan noch gar nichts, äh, weil wir kein, äh, kein Strom haben. Ja, und bis ich das Ganze gedöhnt, mit Strom aufgebaut habe, greifen die uns wahrscheinlich schon an. Obwohl, wie viel Eisen habe ich noch über? Ich habe hier 43 Eisen, hier noch ein bisschen Eisen. Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht ganz. Aber ich könnte hier Sandsäcke aufbauen, zur Verteidigung. Also, was heißt zur Verteidigung? Ich kann mich dahinter verstecken und von den Sandsäcken aus kann ich sie, ähm, attackieren, ja, mit meinem Sturmgewehr oder was ist das nochmal für ein Gewehr? Energiegewehr, genau, Energiegewehr war es. So, sobald sie angreifen, kann ich sie nicht dann wehren. Der ist am Holz abbauen, was macht der jetzt? Der baut jetzt erstmal die Sandsäcke auf, alles klar. Gut, gut, gut. So, erstmal die Kartoffeln anbauen, das ist nice. Das ist gut, so soll das sein, ja. Und wenn wir Glück haben, wenn man sehr viel Glück hat, dann, äh, kommen manchmal einfach so Bewohner von irgendwo her, ja, oder Personen von irgendwo her und bleiben bei uns, ja. Ähm, manchmal landen Rettungskapseln da mit Leuten, die verletzt sind, die kann man dann retten, die bleiben auch meistens bei einem, können aber auch gehen, ja, also, die müssen nicht gezwungenermaßen bleiben, mal sehen. Und vielleicht haben wir Glück und es ist eine Frau, aber, äh, hier gibt es auch, ich sag mal so, ähm, Männer mit Männer und Frauen mit Frauen geht hier auch, ja, nur, dass ihr es wisst. ist alles möglich. Nur mit dem Schwangerwerden wird es dann schwierig, wenn es, äh, Mann und Mann ist. Aber das werden wir ja dann sehen. Ja, wenn es soweit ist. Irgendwie gibt es immer eine Möglichkeit, neue Leute für die Gemeinschaft zu begeistern. So was mit den Tegabäumen, das dauert jetzt ein bisschen, bis er das gepflanzt hat. Ich kann mich schon mal ein bisschen umschauen. Hier ist noch Schieferwände, die könnte ich auch rein theoretisch abbauen und dann bei mir irgendwo hinpflanzen. Da sind die Trommedare. Da sind komprimierte Bauteile, die kann man abbauen und direkt benutzen. Das ist auch sehr nice. Sandstein, der ist jetzt am Schläfeln. Wir können jetzt noch mal kurz gucken, wie es dem geht. Ohne Tisch gegessen, ja, das ist halt noch immer blöd. Abscheuliches Schlafzimmer, Schlafzimmer kann man das noch nicht wirklich nennen. Und abscheuliche Umgebung. Aber er hat eine extrem niedrige Erwartung, sehr vergnügt. Neue Kolonie-Optimismus. Ja, das ist in Ordnung. Aber es ist auch nur meistens am Anfang so. Das legt sich dann. So, solange der noch fröhlich am Pflanzen ist, kann ich mir schon mal überlegen. Ich könnte mich auch hier in den Berg reinbauen. Ich glaube, das ist nicht mal so eine schlechte Idee. Okay. Normalerweise baue ich mich selten in den Berg ein, aber ich glaube, hier kann man das machen. So, dann brauche ich ein bisschen Platz. Dann machen wir das so. und vielleicht noch so. Es könnte auch ein bisschen dauern, bis ich das gemacht habe. Aber ich brauche halt den Platz für das, was ich vorhabe. Ich muss nämlich eine Küche bauen. Küche kann man mit Freizeitzimmer kann man das zusammen tun, irgendwie. Dann eine Krankenstation hätte ich noch gerne. Und natürlich Schlafzimmer. Ja, mindestens drei Schlafzimmer für den Anfang. Dass, wenn jemand kommt, dass ich halt schon mal ein Schlafzimmer bereit habe. Und ich muss natürlich auch darauf achten, die Kartoffeln sind alle gepflanzt. Das ist gut. Jetzt können wir auch hier gucken. Die Wachstumsrate ist gerade okay, bei null Prozent, weil die Sonne untergegangen ist. Also die wachsen nur, wenn die Sonne da ist. Was ich natürlich machen könnte, sobald ich Strom habe, ich kann solche Gärten auch in einen Raum bauen. Und dann zum Beispiel eine künstliche Sonnenlampe hinstellen. Die wachsen dann die ganze Zeit. Das Licht geht auch automatisch nachts aus. Das heißt, nachts wird kein Strom verbraucht. Das ist schon ganz nice. Habe ich auch schon mal ein paar Mal gemacht. Okay, weiterer Tag ist vorbei. So, ich kann dir noch mal was zu den Leisten da unten sagen. Wir haben ja hier die Beschränkungen, das habe ich ja schon. Zuweisungen, das ist nicht so wichtig im Moment. Hier haben wir noch alle Tiere aufgelistet. Ja, da können wir auch verschiedene Sachen noch anmerken, wo sich das Tier aufhalten soll. Das ist so der Heimatbereich momentan. Forschung. Solange du gerne ja, das weiß ich ja, ich brauche einen Labortisch zum Forschen. Ohne Labortisch kann ich nicht forschen. Ich pausiere mal kurz die Zeit. Sobald ich einen Labortisch habe, den kann man man kann auch glaube ich einen elektrischen Labortisch, der ist glaube ich besser erstellen. Aber ja, egal. Hier können wir verschiedene Sachen erforschen, zum Beispiel Teufelsgarpilz, erlaubt den Kolonisten den Teufelsgarpilz anzupflanzen. Der Teufelsgarpilz ist ein langsamer wachsender Pilz, aus dem man eine wertvolle Pflanzenfaser gewinnen kann. Dörrfleisch ist ganz gut für Reisen, ja, das Dörrfleisch geht nicht so schnell kaputt. Passive Kühlung ist eigentlich auch ganz okay für den Sommer. Teppichherstellung ist gut für die Umgebung, ja, dass sich die Leute wohler fühlen. Das ist schon alles gelernt, also alles was grün ist, ist schon fertig. Und ja, hier gibt es Psychoidbrauen, Drogenherstellung, Schlafsäcke und so weiter, da gibt es einen Haufen Sachen wirklich, das geht auch hier noch weiter rechts. Ja, also man kann hier schon ordentlich Sachen erforschen. und was es hier auch noch gibt, ich kann jedes Mal auf die Welt nochmal zugreifen und mich ein bisschen umgucken, wie es hier gerade aussieht. Hier Jaguar, Scholle, sehr schön und hier unten, ist hier unten auch noch was? Ne, okay, alles klar. Das blaue Häuschen, das hellblaue oder türkise ist meins. Also wie gesagt, ich habe ja versucht an dem gleichen Platz wie vorhin zu landen, ich glaube das war auch hier ungefähr und es ist auch der gleiche Seed, deshalb sind auch alle anderen Fraktionen hier an der gleichen Stelle und ich könnte jetzt irgendwann dann einfach mal Karavanen erstellen und zu anderen Leuten hingehen, handeln und so weiter. So, vergrößern wir nochmal und hier gibt es noch die Geschichteleiste, ja, da kann man jetzt nachgucken auf dem Grafen, was so abgeht, der Wert, die Statistiken, wie es so bei mir halt aussieht. Genau, Fraktionen kann man sich hier auch angucken, alle Fraktionen auf dieser Welt, zum Beispiel Geva Enderon, haben wir ja gesehen, Union der Outlander, Ratsvorsitzender Sam Samy, Gerador, 22, aktueller Ruf bei dieser, ah ja, das ist unser Ruf bei der Fraktion, 22, feindlich zu Krankheit Gang. Krankheit Gang, die Krankheit Gang haben wir hier ganz unten, minus 96. Also die, die Vemangiori vom Fluss, Stamm der Ureinwohner und Krankheit Gang, das sind so die zwei Störenfriede, sag ich mal und die anderen drei sind in Ordnung, mit denen haben wir aber im Moment noch nicht viel zu tun und da gibt es natürlich doch das Menü, ja, Menü brauchen wir aber auch gerade nicht. So, weiter geht's, er ist hier noch am Bäume pflanzen, der gute Haui, mal gucken, wie es ihm geht, äh, warte mal, so, zack, äh, abschuldige Umgebung fühle ich nicht gut, ohne Tisch gegessen, ja, ist noch immer alles beim gleichen, wir könnten natürlich, dass er sich einfach besser fühlt, äh, machen wir immer Möbel, platzieren hier einen Tisch und zwei Stühle, falls er Besuch bekommt, ja, dass er auch einfach mal am Tisch essen kann. Wir müssen dann auch später noch Tierfutter herstellen, weil der Hund, der greift auf unsere Überlebensdauer zu, das soll eigentlich nicht so sein, aber dafür brauchen wir eine, äh, Schlachterbank, da können wir dann Trockenfutter herstellen, ich glaube, an dem normalen Kochtisch sollte das eigentlich nicht gehen. So, was man hier jetzt genau sehen kann, ist, ähm, ja, man sieht es leicht, diese Flecken hier auf dem Boden, ja, das ist alles Dreck, also man muss in diesem Spiel auch darauf achten, dass alles clean ist, ja, sauber ist, jetzt zum Beispiel auch in einem, äh, Krankenzimmer, das ich erstellen will, ist es am besten einen sterilen Boden zu, äh, platzieren, also, hier, sterile Fliesen, ja, dann ist die Infektionsgefahr auch nicht so groß, ja, also das Spiel ist schon recht komplex, muss man sagen, und, äh, ja, man sollte halt wirklich darauf achten, man kann hier auch separat draufgehen und priorisieren, reinigen Sand, dass er halt hier einfach mal ein bisschen sauber macht, oder hier unten halt auch einfach hier vorletztes reinigen, ja, dass man hier die Priorität einfach höher setzt. Meistens habe ich das Glück, dass ich, äh, jemanden hab, der jetzt, äh, nicht so viel anderes Zeug machen kann und den benutze ich dann oft nur fürs Reinigen, ja, der, äh, reinigt dann alles, dass man halt immer eine Person hat, die am Reinigen ist, dann fühlen sich die Leute einfach auch wohler. Okay, alles klar, so, lassen wir den mal weiter bauen. Schön am Bauen hier. Also, bis er diesen Berg hier, äh, ausgehöhlt hat, wird das wirklich dauern. Ich glaube, äh, wie sind bei ihm die Stats nochmal? Äh, ich muss mal nochmal kurz gucken. Bergbau. Ist halt nur zwei, also das ist halt, äh, ja, nicht so toll. Das Gute ist halt wirklich, wenn man, äh, so wenig, ich sag mal, so wenig, äh, draußen rumlaufen muss, wie möglich, dann, äh, ist man einfach sicherer, ja. Wenn man alles so kompakt beieinander hat und am besten noch eingeräumt, wie soll ich das sagen am besten, äh, Raum an Raum, ja, genau, Raum an Raum, da muss man nicht rausgehen und, äh, kann den Gefahren auch besser ausweichen. Ja, wenn jetzt zum Beispiel wilde Tiere kommen oder die Manditen, wenn sie angreifen wollen, dann, äh, kann man die draußen auch die ganze Zeit erstmal stehen lassen und irgendwann dann halt einfach, äh, zurückschlagen. Hier habe ich gerade Post bekommen. Hansmann, Häuptling, der die ver- webert schon, ähm, ich kann nicht sprechen, Febanschore vom Fluss hat uns eine Nachricht gesandt. Er will sich mit uns zum Reden an einem nahen Ort treffen. Dieses kann einen großer, dieses kann einen großart, also das kann eine großartige Möglichkeit sein, um unsere Beziehung zu deren Fraktion zu verbessern. Aber Vorsicht, ein schlechter Unterhändler kann mehr Schaden als guten anrichten und sie vielleicht sogar verärgern. Das Angebot läuft in 15 Tagen aus. Also wir haben 15 Tage Zeit, uns zu diesem Ort zu verabreden. Ich kann ja mal zum Ort springen und gucken, das ist hier genau unter uns. Ist nicht mal so weit weg. Äh, die Frage ist halt nur, wie sieht das mit unserem, äh, Boy aus? Wenn ich hier, äh, gucke, sozial ist gleich Null, äh, dann würde ich das lieber noch nicht tun, ja, weil der wird wahrscheinlich, wie es schon im Brief stande, äh, äh, schlimmeres anrichten, als es schon ist, ja. Ich meine, die Verbindung ist momentan ruhig bei beiden Parteien, deshalb lassen wir einfach mal gut sein. Vielleicht bekommen wir in den nächsten 15 Tagen mal sehen, ich glaube es eher weniger, jemanden, der gute Sozialstats hat und dann kann man rein theoretisch den rüberschicken. Aber mal gucken, mal gucken. Okay. Äh, äh, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge, ja, äh, es tut mir leid, ich muss die Folgen ein bisschen kürzer machen, ich würde gern die Folgen länger machen, aber momentan ist halt bei mir ein bisschen wirklich Zeit begrenzt, also ich versuche irgendwie das hinzubekommen, es tut mir halt wirklich leid, wenn die Folgen zu kurz sind, aber ich denke mir dann immer besser als gar nichts, oder? Ja, ich hoffe, ihr könnt es verstehen, wirklich es tut mir leid, aber, ja, geht halt gerade nicht anders da, ja, sobald sich das ändert, natürlich, mache ich es sofort, aber im Moment ist halt mit der Zeit ein bisschen, naja, egal, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.